Das ist doch unten. Ja, naja, aber oben an der großen Inseln eigentlich. Überprüft eure Handelsrouten. Ne, wat, ich wollte ja jetzt, ja, pass auf, bin bereit. Kakao? Braucht mehr Kakao, weil Gewürze sind ja eh Unmengen da. Die braucht ja eh keiner mehr. Wozu eigentlich auch? Ja, es gibt ja eh bloß Brot zu essen und ein bisschen Fisch, aber gut. Ja, das ist nicht viel. Und sonst, ja, Hauptnahrungsmittel, Alkohol und Tabak, würde ich sagen. Ja, das ist ja sowieso. Also, vielleicht noch ein bisschen Wolle beigemischt, aber... Für die besonderen Leute. Ja. Oh, Karte gedreht, so rum. So rum ist schön. Auf dem Bild von der Nahrung ist eine Tomate. Ähm, ja. Wo kommt die denn her? Das ist die... Ja, die Tomate, das ist die... Aus den... Soll das eine Tomate sein? Ja klar ist das eine Tomate. Ich hab das immer für eine Blutkartoffel gehalten. Ach, eine Blutkartoffel. Soll nahhaft sein. So, Tabak, der müsste eigentlich doch zunehmen, oder? Äh. Ach, nöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö so blöd ist, dass das eigentlich totale Rohstoffverschwendung ist. Ach, Rohstoffe, die sind doch so viel da. Na gut, dann machen wir das halt nochmal. Und wir haben wieder kein Holz. Ja, das... Nicht mal mein Holzholz. Na, dann schmeiß ich den Holzfäller nochmal an. Aber ich bin ja jetzt aus externer Quelle ein wenig Holz einfliegen. Überprüft eure Handelsrufen. Von der Rode Insel. Mhm. Da soll ja jetzt eigentlich so viel Holz ankommen, dass ich mein Leben lang davon zehren kann. Haha. Händler, komm, fahr bitte zu meinem Kontor. Nein, macht euch... Das ist gar nicht schön geschmückt. Fährt eiskalt vorbei. Hier kommt bald eine Seeblockade. Ah, ich hab... Mh... Bist. Ach, wat? Ich wollte doch gar keine Steine kaufen. Warum kaufst du denn die Steine? Ja, aus Versehen. Verkauft er bestimmt viel oben. Oh, schnell ist denn... ... 11 Holz da. Ja, viel Stoffe. Gut, ich hab ja noch genug Geld. Geh mal weg von meinem Kontor, da. Was hab ich mir handeln? Ich drück gleich drauf. Ach was? Die Soldaten sind verfügbar hier. Nee, 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 nee. Von meinem Kontor. Ich will bloß mal gucken, ob das funktioniert. Drei. Drei. Da will das nicht riskieren. Na, ich hab ja nicht. Meine sind ja alle versetzt. Ey, Schiffe. Soldaten hab ich auch. Ja, aber das können die schon ausrichten. Können doch. Die können doch. Wenn die mal richtig loslegen, dann steht nix mehr. Oh Gott, jetzt hab ich die Schiffe zu meinem Kontor geschickt. Das ist natürlich auch blöd. Oh, bei mir kommen sie... Oh, verkaufen Holst. Guten Händler. Ja, kaufen die eigentlich auch manchmal ein bisschen was. Scheint sehr viel. 570 Schmuck zum Niedrigsparrant. Alkohol habe ich doch genug. Na ja, gut. Echt, warum lade ich denn? Das T Mal die Schneidereien wieder nehmen. Ach, nööö wohl. Hätte ich diese Reste hier immer auf den Schiff. Ja, das ist schlimm aber. Ja, was will man machen, ja? Äh, keine Ahnung. Wir brauchen mehr Speicherplatz. Installieren Sie neue Festplätze. Ach, schließen wir noch ne Externe rein元 Shame��게요. Ja. Ich baue mir einfach so eine Speicherinsel, die einfach alles beherbergt. Oh, was ist denn das? Ein neues Schiff läuft vom Stapel. Worum das? Weil wir mitten da aufzustecken. Ach, ich weiß nur, warum hier so viel Holz gebraucht wird. Die Werft braucht immer so viel. Ja, das stimmt. Deshalb ist bei mir auch ein bisschen Not am Holz gewesen. Aber jetzt kommt ja praktisch so viel Holz gleich an, ich weiß dann gar nicht mehr, wohin damit. Deshalb muss gleich noch ein Schiff gebaut werden. Ja, hier kommen jetzt 210 Tonnen Holz. Ja, da ist das Lager so voll, da. Meins fasst nur 200 immer jeweils. Ich weiß gar nicht, meins dürfte nicht so viel fassen. 170. Oh, kannst du ja mit dem Holz bei mir noch abliefern. Ach klar, ich bring dir was vorbei. Ich kaufe ja zu höchsten Preisen ein. Hier ist auch immer ein Lagerfall irgendwie. Überall Lagerfall, das gibt es gar nicht. Achso, hier hinten ist ja mal. Warum habe ich den noch stehen gedacht? Das ist total... Oh, da kann man gleich mal neue Felder bauen. Also da war ich ja wirklich total... ...hätte Denkfelder. Mensch, muss auch mal, muss auch mal. Hey. Klar. Wer ist denn Ticontega? Was? Ja, das Schiff hat gleich so. Schau mal oben. Ich lasse es. Oben an meiner Insel bei einem Gekaufer ist und das Schiff fährt ja sehr schnell. Das hier? Hey. Das ist so schnell wie so ein Mensch, der hier läuft. Ja. Da rennt ja mein Markt ganz schneller. Wenn du dir überlegst, dass dann so ein Mensch quasi von Europa bis nach Amerika gelaufen ist. Wenn die Schiffe auch so schnell gewesen wären. Die haben es drauf gehabt damals. Ich bin schon eine Weile her, eine Woche oder so. Ja, ja. Weil so viele Nächte haben sie ja noch gar nicht erlebt. Ne, das stimmt. War ja bisher nur keine. So, ähm... Tabak sollte dann ja wieder mehr werden. Und dann was anderem fehlt es ja nicht. Oh, oh. 1747 Aristokraten? Das sieht nicht so unbedingt toll aus. Das wird nix. Ja, ich denke doch. Du kannst doch für alles aufkommen. Ja, natürlich. Jetzt müssen wir wieder das Holzlager her voll machen. Das doch. Voll wie... Weiß ich nicht wie. Voll das ist. Halt sehr voll. So, lagern wir erstmal zwischen hier auf der anderen Insel. Das Schiff wieder verfügbar ist. Kontinuierlich. Oh. Da wurden aus den 200 Tonnen Steinen mal weniger. Aber kommst du jetzt mal mit dem Holz vorbei? Ich soll mit Holz vorbeikommen? Ja, einfach nicht. Da hab ich 1000 Einwohner... 1008 Einwohner mehr. Ne, 1006 Einwohner. Ach, aber mein Holz. Ne, du brauchst doch gar nicht alles. Da steht ein bisschen was im Verkauf. Ich hab doch nicht so viel. Wie? Kannst du das nicht live vorbei schauen? Ne. Hat kein Schiff da. Äh. Werkzeuge haben wir auch gleich mit rein. Was? Kannst du doch nicht machen. Ja, mach ich aber einfach. Oh, da schlägt er zu. Wie Klitschko. Wieso kann ich denn mehr Holz kaufen? Weil ich gesperrt hab. Es war aber noch eins da. Euer Konkurrent hat ein neues Schiff gebaut. Da kauft er hier die ganzen Bestände leer. Das gibt's gar nicht. Och nö, jetzt hab ich ein Ziegel gekauft. Oh, ein Ziegel. Eine Tonne Ziegel. Mensch, eine Tonne Ziegel. Oh, eine Weitgalle. Die weiße, weiße Galle. Überprüft eure Handelspumpen. Oh, weiße Galle. Sollte man zum Arzt gehen. Oh, nö. Oh, nur 11 Tonnen Kanonen. Das ist schade. Keine Vollbesetzung diesmal. So, jetzt hab ich hier vier Schiffe stehen. Aber weiß nicht, was ich mit denen mach. Ich schaß duber. Sober. Sober. Sober, flubber.